So, probieren wir es mal mit Masendus zu tun, ich habe keine Ahnung wie wir das spielen können. So, probieren wir es nicht. So, probieren wir es nicht. Ich kann nicht... Ich kann nicht... So, probieren wir es nicht. 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 So, ich fühle mich einfach aus einem Flugzeug. So, probieren wir es nicht? Oh Ich kann halt nicht spielen ohne Kontrolle Ich weiß schon gar nicht wie ich ausweich Linke Steuerung ist das? Das ist doch scheiße Ich weiß schon gar nicht, aber Nein Ich weiß schon gar nicht die Ich habe einen Schuss! Gott, verdammt! Was? They gave miles. I just got booted from the system. Gib me a minute. I'll get you out of there. Got it! Keep him on the ground! Direct hit! Let's go! Before more of them show up! Whoa! That was super cool cloaking tech! Work! You take the left. I'll take the right. Amazing! This is a bad mob. Real bad. Don't worry. We can take these guys. Oh, I ain't worried about that. I'm worried about after we get out of here. We're both gonna bring a short list now. Cover me! It's not hard to do. You guys take your turn! Hey, come out! You're up! Good! Desist immediately! The extreme will be passing by soon. What does that matter? Just... You got him! Who's gonna die? I don't know! Okay, you're almost all here! Get ready! There's a hole! Hurry! Go! Get out! Get out of here, kid! Surrender now! Get out of here, kid! Get out of here, kid! You're up! Es geht halt einfach nicht. Es geht halt 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 nicht. Ich kann es nicht. Ich muss noch einen Sinn finden. Deine Freunde, die Tinker mit uns. Es ist nicht so schlimm, dass du so viel über das Thema interessiert. Es ist nicht nur so. Ich... ...Protektieren New York ist mein Job. Du bist, Finn. Ich zeige sie, dass du in der Untergrund bist. Du hast nur gesagt, dass du nicht die Maske so machen. Ich sage sie nicht, Spiderman. Ich gehe mit ihr als Freund. Nein, sie ist zu hart für das. Du bist zu surprised. Die Leute sind nervös, wenn sie interessiert an jemanden. Wie du jetzt bist. Wenn ich sie die Wahrheit erzähl... Ich sagte deinem Vater die Wahrheit. Wie hat er meine Brücke? Ich hoffe, er würde. Und meine Brüder. Insofern, er hat mich entfernt. Wenn ich meine Hälfte öffnen würde, vielleicht hätte ich noch eine Familie. Du wirst, was musst du machen. Du wirst, was musst du machen. Okay. Ich sollte Fin... Nein, nein. Ich habe Zeit für die Stadt. Ja. Miles, du kennst, wie viele Follower du hast seit der App went live? Es ist verrückt. Ich habe ein paar Zahlen, und ich weiß, dass du nicht gesagt hast, aber vielleicht können wir wiederholfen? Nein. Genau, nein, natürlich nicht. Ich habe nur gesagt... Also, hast du gefunden Fin's Telefon? Ja. Aber, äh... Es verletzt, nachdem ich Energie aus einem Neuform Reaktor absorbiert habe. Was? Wie bist du nicht tot? Es fühlt sich, wie ich es für eine Minute da war. Aber dann habe ich all die Energie in einem kleinen Explosion. Glücklich, ich habe den ganzen Labor abgehauen. Mann, ich muss mich übernommen, auf all deine neue Macht. Also, was ist der Plan jetzt? Ja. Ich glaube, ich muss mich übernommen, dass ich Sven will, dass ich die Untergrund mitgebracht habe. Sven, ich kann die neue Form, damit sie es nicht benutzen kann, für... was es. Woah. Sieht auf sie? Ja. Aber ich habe keine anderen Leads. Du wissen, was wir brauchen? Nicht sagen, eine Pro- und Kons-List. Eine Pro- und Kons-List. Genau. Ich muss mich machen, Mann. Ich denke. Na gut, Glück. Call if you need me. Take that! Hold it! You're done! Picked a bad day to mess with us! Stopp. 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 Und das ist noch eine noch Wands-List. And that's one more arms still stopped in progress. Good work, me. Ach, was ist denn hier? Ja, willst du herkommen? Na, komm her. Ja, ja. Ja, ja. Na, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vigilante Ich bin nervös Herr, ich Coke von der Couldnap Here Bist, meine Säcke Özell, nicht los,ử Britos nicht los? first... in ge叫bro in anstalt 18 smoothly icle fly im aves � achievements im años Das ist gut. Hast du Zeit für einen Koffer, vielleicht? Ich kann Zeit machen. Es gibt einen Ort auf Edison, neben Fisk Tower. Sie machen nicht FOM-Art, aber die Leute machen keine Bilder von ihren Lattes. Also... ...worte es. Okay. Wir sehen uns da. Okay. Wir gehen in eine gefährliche Gruppe von Kriminellen. Cool, cool. You know the quickest way to end a fistfight? Don't use your fists. In this challenge, grab stuff, spin it around, and whack enemies with it. You can grab objects, enemy weapons, even other enemies. Every hit scores a point. Approach the prop when you're ready. Throw practice. Nice. I'm ready. Yanking a weapon out of a dude's hands and throwing it back at him? Throw it free in motion. That's how you do it! Okay, yeah. Windmilling people? Very satisfying. Ha! How you like me now, hologram? Remember, you can web dudes up and spin them around and smack other dudes. So, so satisfying. Got him! You can have that! You can't do that! That was- That was- Hang on, hang on, it's coming! Yeah! Oh, man. Oh! 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 So, one time, I went to the satellite dish to talk to a bad dude's face, but I missed. The satellite dish sprung like a frisbee, and man, it hailed. Like, all the way to Chris, it was incredible. I told MJ, but she thought I was full of it, so I dragged her to the same building, I pulled out the same kind of dish, spun around, through, and the pig dropped like a rock in the ice cream. MJ laughed so hard to punch him, and he had the old spidey seagulls in the middle of the ice cream. Haha, he's got to tell me where that building is, I want to see if I can fling against the Queen's. Heads up, ranged enemies on the field. And here is your winner. The ultimate spider man! Gotta fill that in my dilds tomorrow. Na ja. Achso, ich hätte gesagt, naja, ist egal. Aktivitätstag ist morgen, hätte ich holen müssen. Ja. Ja. Hey, Freunde. Apparently, Mr. Jameson heard that I'm, and I'm quoting his producer here, a Spider-Man stan. So now he's demanding I debate him. Jameson is a trained debater, and he's an accomplished journalist. So, even if I'm right, that doesn't mean I can win. Sometimes it's not about the truth, it's about being the one who talks the most, or the loudest. So look, this debate is going to happen. I couldn't live with myself if I didn't try, and hey, maybe we'll learn something. Next week I'll post an edited version of the debate with Triple J, with the full transcript on my blog. But until then, remember to invest in blue light filters if screens give you headaches. Bye! Bye for now! Bye for now! Was ist das? 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 War einer Zufall, dass das jetzt klappt, ja? Was ist das? Ah, ein süßer, ein süßer kleiner Karl. Was ist das? 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 Warum hat das? Warum hat das? Was ist 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 das? Das ist das Schiffencenter, das Bezüge ist, Palo's Block. Ich brauche das viel mehr als du, Untergrund. Kampfs? Was ist passiert? Wissen sagt, eine Frau war in eine Trunk, nachdem wir mit Ex-Kahn-Typ haben. Wir haben eine ID? Von einem Oscorp-Camp. Mila Vasquez, die Panapuerte in Haarlem. Oh mein Gott, sie schümmen Kamila. Ich muss sie versuchen, sie zu finden, aber die Kampfs nicht mögen mich zu interferieren. Vielleicht, wenn ich die Kluze schümmen. Kamila ist definitiv weit entfernt. Ich muss sie herausfinden, wo sie sie nahm. Du kannst es sagen, ohne eine Familie. Entschuldigung. Okay, but where in Chinatown? I haven't seen any other Spider-Man before. Dude's in the way. Maybe you retired. And left New York in the hands of your kid. That's what retiring is, dummy. Wait. What was that? Oops. I hate this neighborhood. I'm seeing things. Oh. I need to make myself harder to spot. Anything turn up? Yes. Now I can get a look at that clue. Jacket from David's Complete Auto Repair. Someone dropped it when they peeled out. Hey. You know where I can find David's Complete Auto Repair? There's twelve of them in Manhattan. Any in Chinatown? Yep. Sending you the address. Radio from Chinatown. A woman matching our VIX description. Seen in an alley. Let's move. Hey Spider-Man. Any leads on our inventory? Yeah. The guys who stole it? I think Camila caught them in the act. They kidnapped her. What? You sure? Positive. I'm on my way to help her. Good thing you came by when you did Spider-Man. Thank you. Well done. What?! Well done. Well done. Oh yeah. When we go up in the house. Well done. That's what we did hectic music. Yeah. Well done. Sie sind weg von mir! Kops, alle weg! Nein, nein, nein! Just let Camila gehen! Am ich gesehen, das richtig? Camila ist in der Auto? Ja! Das ist durch Manhattan, gefährlich nahe zu kraschend? Ja! Oh, mein Gott! Ich bin nicht in hell! Camila, du okay in da? Nein, nein! We'll lose him on the bridge! Ich muss die Karte öffnen. Du bist okay, Frau? Spiderman, ich wollte dich nicht... Aber die Männer... Es ist okay, jetzt. Du bist sicher. Die... Die Männer wurden bezahlt, um unsere Inventory zu holen. Sie fahren uns aus dem Geschäft. Sie sind auf den Dock auf FDR, neben der Brücke. Ich habe deine Sachen zurück. Du brauchst du Hilfe nach Hause? Nein, nein, nein. Ich kann eine Karte. Danke. Du hast du mein Leben, Herr. Danke. Danke, Kamila Seykes. Sie hat die Leute geschehen in der Inventory. Sie hat jemanden bezahlt in der Arbeit. Was für das? Ich habe ein Bezug. Jemand hat eine Analyse mit der Stadt geschehen. Sie hat eine Analyse mit der Stadt zu benutzen, und verabschieden Kamila und Caleb's block. Es muss sein, der Mann zu bezahlen, nicht wahr? Damit er kann er in. Total. Ich habe eine Analyse für eine Analyse, für eine Analyse für jemanden zu kaufen. Mann, du bist ein Genie. Ich gehe nach den Dock, um die Analyse zurückzukommen. Ich habe dich bald. Was ist das blöd? Wie ein kleines Geschenk aus dem Untergrund. Mal für mich. ... ... ... Das war's. 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 Das war's.